Hallo Leute und willkommen zum zweiten Teil der neuen Masternode Serie. Ja, heute wird es darum gehen, den VPS zu bestellen, da die Aktivierung auch ein wenig dauern kann. Dachte ich mir, dass wir eben die Bestellung des VPS als zweiten Punkt machen und danach erst den Kauf der Coins, damit wir einfach auf jeden Fall den VPS dann schon am Start haben. Wenn ihr noch kein VPS habt und das nachmachen wollt, dann schaut unbedingt in die Beschreibung. Ich finde, Contabo ist da der preisgünstigste Anbieter und beste Anbieter mit dem besten Support. Deswegen kann ich den euch auf jeden Fall empfehlen. Heute wollen wir uns einfach mal anschauen, wie wird der VPS bestellt und ja, mehr ist es eigentlich nicht. Wir gucken uns also im Endeffekt nur an, was brauche ich eigentlich minimal für einen VPS. Was muss ich da so alles anhaken, damit ich das Richtige mit am Start habe und ja, wie läuft das generell ab, so einen Server eben zu bestellen, damit ihr nicht das Falsche bestellt. Und das alles zeige ich im Video. Wahrscheinlich ist es eher für die Anfänger geeignet, die mein erstes Masternode Video nicht gesehen haben. Ich habe ja mal damals gezeigt, wie man eine Masternode einrichtet, auch von der Bestellung, Einrichtung und so weiter, alles in einem Video. Heute kommt wirklich nur der Bestellprozess und da gibt es auch eine kleine Überraschung. Also es ist auf jeden Fall billiger geworden und dadurch auf jeden Fall interessanter, zumindest der Anbieter ist interessanter geworden. Die Möglichkeiten sind in etwa die gleichen geblieben und deswegen schauen wir da jetzt einfach nochmal gemeinsam drauf. Wenn ihr auf den Link in der Beschreibung klickt, dann landet ihr ziemlich genau hier. Da habt ihr eine Übersicht aller VPS, die von Contabo zur Verfügung gestellt werden. Wir nehmen hier an der Stelle den günstigsten. Der hat zwei Kerne, 4 GB Arbeitsspeicher und 300 GB Speicher, außerdem Unlimited Traffic. Die meisten billigeren Angebote haben nur einen Kern, 2 GB RAM, deutlich weniger Speicher, meistens nur 20 GB und die haben limitierten Traffic. Also wenn wir zu viel Datentraffic durch die Masternode verbrauchen, dann müssen wir auch noch nachzahlen und da zahlen wir dann am Ende 2,90 Euro. Hier sind wir bei 4 Euro. Ich denke, da ist das vom Preis-Leistungs-Verhältnis doch deutlich angenehmer. Deswegen empfehle ich auch Contabo. Wir gehen jetzt hier auf den Server für 3,99 Euro. Der SSD-Server für 1 Euro mehr, der bringt uns nicht so viel. Die hier sind auch alle SSD boosted und das reicht für unseren Zweck vollkommen aus. So, wir sind hier bei 4 Euro. Hier haben wir nochmal eine Auflistung aller Dinge, die hier mit am Start sind. Wir wählen hier Ubuntu 16.04 aus, weil das für Masternodes am angenehmsten ist. Dafür ist halt eben das meiste an Tools auch programmiert worden, sodass das meiste halt eben damit funktioniert. Deswegen wählen wir das an. Wir könnten später auch noch wechseln. Dann müssten wir aber allerdings alles neu installieren oder upgraden geht ja natürlich immer, downgraden am Ende nicht mehr. Also 16.04 ist okay. Was müssen wir hier noch beachten? Unten stellen wir noch die Vertragslaufzeit an. Ich denke, die meisten Leute, die sehen das eher als langfristiges Ding. Deswegen macht jetzt ein Monat keinen Sinn. Zumal wir hier auch 10 Euro Einrichtungsgebühr bezahlen müssten, wenn wir das auf einen Monat sehen. Wenn wir das auf 12 Monate sehen, sind wir bei 0 Euro Einrichtungsgebühr. Ja, und dann passt das. Dann zahlen wir wirklich nur die 3,99 Euro pro Monat auf ein ganzes Jahr gesehen. Ich denke, das kann sich jetzt jeder selbst hochrechnen. Natürlich müssen wir das dann auch den vollen Jahr nutzen, sonst geht unsere ganze Rechnung am Ende natürlich nicht auf. Dann gehen wir auf Konfiguration bestellen. Hier sagen wir erstmal zur Zeit keine Domain gewünscht. Dann tragen wir hier unsere ganzen Daten ein. Und was ich euch hier bei der Bezahlung empfehlen würde, wäre Paypal per Einzug. Da könnt ihr dann hier eure Paypal E-Mail-Adresse eintragen. Die erste Überweisung mit Paypal macht ihr dann einmalig fertig. Das geht direkt im Anschluss. Danach zieht Contabo das automatisch von eurem Paypal-Konto ein. Wenn das Paypal-Konto nicht gedeckt ist, zieht er das automatisch von eurem Bankkonto ein. Ich denke, angenehmer geht es gar nicht. So mache ich das zumindest auch. Das kann ich auch so empfehlen. Dann haken wir hier unten noch die notwendigen AGBs und so weiter an. Gehen auf Bestellung prüfen. Dann können wir nochmal die gesamte Bestellung sehen. Gucken uns nochmal an, ob alles passt. Und dann gehen wir auf Fertig. Was passiert dann im Anschluss? Wir bekommen dann nach, sagen wir mal zwei bis drei Stunden, bekommen wir eine Mail mit den Zugangsdaten. Und was ihr dann mit den Zugangsdaten machen müsst, wie ihr dann auf euren Server kommt, das zeige ich dann alles, wenn wir die Masternode einrichten. Hier ging es ja jetzt erstmal nur um die Bestellung. Ja Leute, das war es weit mit dem Video. Für diesen Montag hat mich gefreut, dass ihr wieder zugesehen habt. Boah, dass ich jemals sage, mit diesem Montag ist schon wieder krass. Jetzt würde mich noch eure Meinung zum Thema interessieren. Findet ihr das gut, dass ich mal so einen Bestellprozess zeige? Klar, vieles ist irgendwo selbsterklärend, aber für die Leute, die sich in der Hinsicht noch ein bisschen unsicher sind, dachte ich mir, könnte das gut sein. Ich wollte auch irgendwie mal von Anfang bis Ende wirklich alles zeigen, weil wenn ich immer nur bestimmte Abschnitte zeige, hat niemand so ein ganzes Konzept. Und ich wollte einfach mal ein gesamtes Konzept machen. Klar hätte man dieses Konzept auch irgendwo verkaufen können, aber ich dachte mir, ich werde das kostenlos für euch hier auf YouTube zur Verfügung stellen. Einfach so als kleines Dankeschön für das Jahr 2018, dass ihr mich so tatkräftig unterstützt habt und dass ihr weiterhin meine Abonnenten geblieben seid und dass ihr weiterhin so fleißig meine Videos schaut und natürlich auch gut bewertet. In diesem Sinne würde ich mich natürlich auch wieder über eine positive Bewertung freuen, über einen Kommentar zu dem Thema. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr und ja, macht's gut. Drückt noch auf Abonnieren, auf die Glocke, ihr wisst Bescheid. Und bis morgen. Ciao.